Herzlich Willkommen zurück. Kleinen Moment Schuhe ausziehen, dass das Ganze ein bisschen gemütlicher ist. Ich habe auch übrigens keine Hosen an. Nein, Spaß. Wir spielen Binding of Isaac Heretic Mod. Wer hätte es gedacht? Ich sagte ja der Titel schon. Wir haben Mega-Satan Down. Deswegen auch hier, glaube ich, ein neues Bild, ne? Genau, habe ich hier in der File auch. Das ist mein alter File von dem normalen Isaac. Das hier ist so ein Test-File, den ich ein bisschen rumprobiere. Und, ja, wir haben, glaube ich, alles freigeschaltet, oder? Ja, dann machen wir einfach random, würde ich sagen. Und wegschieben, sonst kubst du mich hier wieder zu. Aua. Oh. Wen spielen wir denn? Wir spielen die Layla. Gut, machen wir. Ja, gleich mal einen super Raum. Nett. Oh, Gottes Willen. Stirb. Oh, den habe ich immer ganz cool überlebt, den Raum, ne? Wer hätte das gedacht? So, ich mache die jetzt alle weg. Ich will eventuell noch ein blaues Herzchen mit fünf Münzen rausholen aus dem Shop. Das ist einfach Amok. Die sind einfach so Amok, die Viecher. Man muss echt Glück haben, nicht getroffen zu werden. So, der erste ist weg. Nein, ist er nicht. Natürlich. Und wir werden, wenn wir getroffen werden, dann von dem Ticken. Warum auch nicht? So, was gibt's? Äh... Äh... Nein. Nein. Robo Baby. Gut, wir gucken erst mal weiter. Auch eigentlich ein Crab-Item. Außer mit Eve. Da ist das ganz nett. Geht das mit dem Scheiß hier weg. Wir gucken mal, was es hier gibt. Na, da gäbe es ein Herzchen. Das wäre eigentlich das Wichtige. Dann nehme ich das Robo Baby, glaube ich, mit. Na ja, mal gucken. Vielleicht kriegen wir ja noch einen Haufen Münzen. Mal gucken. Ah, die Charm-Tiers. Da haben sie sich schon ausgezahlt. Ach, stimmt. Ich habe ja hier... Ich habe hier Cursed Charged Shot. Ich kann ja schießen die ganze Zeit, ne? Ich habe Cursed Charged Shot. Ja. Cool. Danke. Oh mein Gott. Das ist nervig. Kann ich den vorher schon aufladen? Ja, kann ich. Ich habe Cursed Charged Shot. Warum macht man das eigentlich? Das ist so ein Amok-Item. Ja, danke. Super. Alter, geht's. So, jetzt diese Amok-Morm hier. Gut. Wir haben noch eine Bombe. Gut. Dann nehmen wir das definitiv nicht mit. Wir haben noch eine Bombe. Oh, fett. Ja, dann. Ja, dann. Gucken wir mal, was wir rausbekommen. Dann lassen wir das nicht bei Robo, Baby. Bei Minus zwei Münzen. Wir machen es trotzdem mit Bomben. Taurus. Ne, ne, ne. Das Horn. Was macht das nochmal? Ich weiß es nicht. Jetzt geht das Ding bestimmt kaputt. Oh, der Goat Head. Der Goat. Scapegoat. Den will ich ja gar nicht. Der geht mir tierisch auf den Senkel. Dann hole ich mir oben noch das blaue Herzchen. Das war jetzt selten, wenn ich. Wir können auch das Teilen mitsprengen. Wären vielleicht auch noch Münzen rausgekommen. Gut, dann gucken wir mal nochmal hier. Nein. Dann wahrscheinlich hier. Und dann sind unsere Bomben auch schon wieder weg. Auch nicht. Oh, der Spinne vorbeigeschossen. Das ist immer schlecht. Gut. Oh, das ist nett. Oh, gut. Das Ding aussieht wie so ein Mini-Ninja, ne. Sehr geil. Gut. Das ist sehr gut, dass man hier Curse-Charge-Shot hat. Das hat mir irgendein User geschrieben. Das hat mich sehr gefreut. Denn Lilith gefällt mir persönlich nicht so gut. Eben genau aus diesem Grund. Da oben. Den brauchen wir. Weil die eben nicht schießen kann. Oh, hier ist ja Curse-Charge-Shot. So, wir haben Bomben. Das ist gut. Eine kleine Absicherung. Das ist nett. Ja, danke. Gut, und weiter geht's. So ist das nämlich schon ein bisschen entspannter. Oh, da darf ich nicht rein. Da fehlt mir noch ein... Da habe ich noch ein halbes rotes Herz zu fehlen. So. Battery bringt nichts. Ja, dann lerne ich wenigstens mal mit dem Curse-Charge-Shot umzugehen. Okay. Okay, wir bekommen... Nein! Ach, nötig. Das kann ich immer noch nicht so gut. Treffe ich beide? Ja. Oh, das ist nett. Ein bisschen schneller laufen. Da drüben gehen wir auch mal rein. Champion-Spells. Das wäre natürlich was. Da fehlen aber noch ein Haufen Münzen dafür. Da fehlen noch ein Haufen Münzen. Das ist auch gut. Danke. Und wir haben... Bombsackis. Ja, ist okay. Ja, klar. Eigentlich ganz cool, ne? Mit dem Curse-Charge-Shot. Hier ist noch so ein Teil. Oh, vielleicht sind da Münzen drin. Fette Münzen. Das wäre super. Okay. Ein halbes Herz. Ach, da sind die Münzen. Komm, gib mir ein paar mehr. Ah. Das reicht immer noch nicht. Hier vielleicht noch. Champions-Belt würde ich sofort mitnehmen. Okay, wir kriegen erst mal noch einen Devil-Deal. Mit Scheiße drin. Mit Scheiße drin. Das Schlimme ist, eigentlich muss man es mitnehmen. Nein. Hier vielleicht noch der Geheimraum. Wahrscheinlich auf der anderen Seite. Zwölf. Oh, jetzt haben wir keine Bomben mehr. Ich bin so blöd. Naja, wurscht. Weiter geht's. Alles durchgemacht hier. Ich hätte sollen mitnehmen, Sister Maggie. Und dann rechts noch in diesen... In den, äh... Wie heißt? Kampfraum gehen. Na? Schade. Schade. Ah, da ist direkt ein Kampfraum. Gucken wir mal rein. Ja, mach ich. Oh, da sind die Viecher. Was sind das? Die habe ich noch nie gesehen. Das sind dieselben, oder? Die sind nur ein bisschen schneller. Okay. Schlüssel. Bombe wäre mir lieber gewesen, aber egal. Oh. Die sind so schnell, ne? Die, die schießen. Wenn sie kommen. Sie zerplatzen, sozusagen. Okay, wir gehen mal hier rein. Hä? Ach so, das passiert gar nichts. Das ist ja toll. Ist der immer noch da, wenn ich jetzt zurückgehe? Ne. Okay. Gut. Großer Raum. Mit. Das will ich eigentlich gar nicht. Das hätte ich gerne. Das war's auch schon, ne? Ach komm. Ja, schön viel Damage dazu bekommen, das ist gut. Scheiß auf der Shut-Speed von unserem Begleiter. Wir haben Cursed Shut Shot. Dass ich das mal sage. Oh, das war selten dämlich. Das ist ein XL-Ebene? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Cool. Okay, das ist jetzt so semi, ne? Aber das andere nutze ich eh trotzdem nie, ne? Ah, ich will erstmal da unten in den Shop gehen, ne? Die Spider-Mod. Da war doch noch irgendein Steinchen, oder? Nicht das blöd? Ich bin blöd, glaube ich. Steinchen, ich hatte keine Bombe. War das richtig? Ist das richtig? Wir gucken mal. Ich weiß es nicht. Oh, das ist eng. Wie soll ich da dran kommen? Das ist gut. Wir haben eine super Range, kann das sein. Amokvies. 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 Gibt's noch was? So. So, was gibt's? Tele-Pilz. Wo war der jetzt? Ganz da unten. Alter. Wisst ihr was? Kann man mal so. Schade. So, zwei Münzen noch irgendwie. Oh, jetzt geht der in dem Moment hoch. Bin gleich tot. Bin gleich tot. Nicht von dem getroffen werden jetzt, dann bin ich tot. Steinchen irgendwo? Nein. Da unten ein blaues Herz drin. Dann muss ich mir das jetzt kaufen, sonst bin ich tot. Was natürlich nicht. Scheiße. Scheiße. Bin jetzt sterben. Macht so viel Spaß daran gerade. Das sind so amokviecher hier. Okay. Boah. Das ist wieder so ein Monster. Amogran, ne? Das hilft dir alles nix. Das hilft dir alles nix. Ich kann mir jetzt die Spider-Mod kaufen. Das hilft dir aber alles nichts. Was war das? Okay, wenn es eng wird, drücken. Wenn wir auf jeden Fall schon Schaden bekommen, das heißt wir bekommen eh kein Devil Deal. Oh, Wahnsinn. Nichts getroppt. Okay. Da ist auf jeden Fall der Geheimraum. Das ist ja schon mal wichtig zu wissen. Okay, können wir auch aufmachen. Kostet ja nix jetzt. So, was war hier jetzt? Nicht einfach raus. Nee, da ist zu, ne? Scheiß drauf. Muss ich Damage machen. Jetzt bin ich gern aufgehoben für die nächste Ebene, aber ich will hier nicht verwecken. Bleib doch mal auf einem Platz. Bringt dir doch eh nix. Kommst doch eh nicht weg. Gehen wir noch nicht so gut jetzt aber. Na, P ab. Gott. Nichts lieber als das jetzt. Oh, da passiert ja natürlich auch ne Sasse. Nein. Oh Mann. Oh Mann. Ich muss nochmal, da war doch, da drüben war doch. Da war nur noch irgendwo so blaue. Da war nur noch irgendwo blaue Herzchen, ne? Das auf jeden Fall mitnehmen. Wann hier nur noch blaue Herzchen irgendwo? Ja. Scheiße. Scheiße. Anhalter Herzchen. Ich darf aber nicht getroffen werden. Das ist natürlich das riesen Problem hier. Was war das denn? Mist. Wie komme ich da durch? Ich darf einfach nicht getroffen werden. Eigentlich ganz easy. Oh, das ist ziemlich eng. Oh, noch ein HP ab. Gut. Boah. Müssen wir da kämpfen. 20-Minute-Depts-1. Nochmal XXL. Shit. Shit, shit, shit. Ich habe keine blauen Herzen zur Verfügung. Was setzen wir hier unten hin? Das wird jetzt keiner nutzen. Gut. Klar. Oh, fuck. Okay, Herzchen. Das sind auch Amokviecher. Nein. Ich muss das ja auch machen. Vielleicht schon wegen Herzchen. Ach, ich stepp. Wen haben wir denn bekommen? Ach, die Fly. Oh, Gottes Willen. Meine Güte. So, die haben wir schon mal. Legt hier was Schönes drin. Nein. Ich will nicht sterben. Gib mir Herzen. Gib mir Herzen. Oben ist ein Herz. Da ist Full Life. Boah. Ich glaube, das war schon der richtige Weg hier. Na, es ist zwar wieder XXL. Immer noch hier hoch. Oh, fuck. Meine Güte. Wo bin ich denn jetzt? Jetzt. Ich will nicht kaputt, wie du das zeigst. Wer habe ich denn jetzt bekommen? Wen habe ich denn als Begleiter? Ist hier irgendwas, was mir was bringt? Puh. Wo bin ich denn? Er ist ja riesig. Ist ja Wahnsinn. Fuck, 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 fuck. Ich komme mal alleine her jetzt. Komm doch mal her jetzt, Junge. Okay, hier geht's nicht weiter. Hier vielleicht. Ist das groß hier? Ich hänge an der Ecke fest. Ich muss irgendwo hin, wo es Herzchen gibt. Scheiße. Gibt es hier Herzchen? Ich sterbe jetzt gleich. Oh, bitte, bitte. Sackgasse auch noch. Scheiße. Scheiße. Oh, fuck. Ein Herz, bitte. Da drüben sind ein Herzchen, aber da kann ich jetzt nicht hin. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, keine Bomben, ne? Oh, Gott. Der schießt in alle Richtungen. Oh, der hüpft nur einmal gut. Das ist krank. Okay. Ich habe noch keinen Itemraum gefunden. Ist das unhöflich, oder? Schon, ne? Kaum Gemini oder sowas. Natürlich, Bob's Brain. Boah. Danke. Da ist ein Itemraum. Ich glaube es ja nicht. Boah. Spider-Law. Fuck. Hier ist ein Herz. Ach so. Scheiße. Nein, 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 nein. Das ist nicht. Oh, das ist ein Fiss. Ey, wie will der denn noch spawnen, hier? Ich muss erst mal rankommen, hier. Nein! Muss ich da durch? Ich muss da durch. Oh, shit. Oh, shit. Jetzt muss ich das nochmal machen, mit einem Herzchen. Das war selten blöd. Das war selten blöd. Das war selten blöd. 9.5 Hier ist schon mal Sackgasse Schlüssel, gib mir Herzen, Mann Ist aber auch eine Sackgasse, super Super Boah Das Game will mich echt ficken hier Nein, da ist es passiert Naja Boah War glaube ich trotzdem sehr sehr spannend Bis zum nächsten Mal, danke, bye bye